so hallo und herzlich willkommen wir sind jetzt wieder zurück an der base weil ihr habt alle leichte probleme mit dem server oder was jetzt auch immer ist ja meine leitung okay meine leitung wollte gerade nicht so wie wir das wollten die hat gesagt du kommst hier nicht rein kommst hier nicht rein nicht rein die hoch hat sie nicht gemacht nicht so deswegen fangen wir wieder von vorne an hier auf der von der base wie spät ist denn 21 uhr so was machen wir jetzt ich muss mich gerade mal entlernen ich war auf dem weg zu dir und dann habe ich gesagt so ich habe schon zu lange gefilmt und so lange gefilmt jawohl ich würde mal gucken habe ich schon wieder so habe ich hier noch irgendwo was wo sind meine mach es nah um ach was brauchte ich denn noch mal dafür ich bin auf dem weg wie die 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 nehmt euch essen es muss keiner hungern die kannst du nehmen wo wie freundlich ich habe eine ja du mich auch so ich habe mir als hier noch zu trinken da eben nicht wieder palim palim wie du das kannst so rückwärts und so das ohne rückfahrkamera und jetzt bei der zweiten blutmond hier dünnstens werden sie noch heftiger oder was wir haben ja gesagt wir gehen jetzt ins rathaus kommt da wird mit muss man was erledigen hier mörder aua jetzt habe ich den angefahren den penner ne wir haben ihn tot gefahren ich bin gegen seinen kopf gefahren oh bist du besoffen oder was fährst du die leute um hier ich bin nochmal rüber gefahren aufsache auf mich meckern gell die war ja schon tot oberschwester hildi hat wo war denn das rathaus los Herzdaft! Wir zeigen euch mal so ein bisschen die Umgebung. Ja, so ein bisschen Stadtrundfahrt von außen. Genau, damit keiner merkt, dass wir gar nicht wissen, wo wir langen müssen. Da ist Poppenpilz. Hier ist das, wo wir waren. Ja, irgendwo hier in der Nähe war der Drahthaus. Warte mal, wir müssen links irgendwie, oder? Ja, ja, hier ist der Buchladen. Aber warum stehst du denn im Weg? Ja, ja. Da brennt Feuer. Ich wies nicht mal, wo du bist. Ach, da. Ach, hier ist ein Händler. Hier war der Händler. Denn. Hm. Ja, glaube ich, oder? Gerade drauf zu. Guck'er gerade. Ja. Ne, ist eine Kirche. Okay, das habe ich jetzt auch festgestellt. Hä, was ist denn nun los? Was? Der wollte gerade nie weiterfahren. Der ist ein Sprit leer. Ich habe da noch genug drin. Da ist Mama Pizza. Das ist ein Sprit leer. Das ist ein Sprit. Nee, in der Straße waren wir nicht. Okay. 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 Ich bin intelligent. Sehr intelligent. Ich habe meinen ganzen Benzin ausgepackt. Da ist ein Hund. Da schön. Na Mäuschen, ich bin da. Guck, da ist ein Hund. Ein Lebendiger oder ein Wolf oder was das ist. Warte. Wo? Du siehst nur da ein Hund. Komm doch mal zu. Na komm mal her, mein Feiner. Komm mal zur Mutti. Der denkt sich bei dir gleich. Oh, lecker Schnitzel. Mit deutschen Kartoffeln. Na du Feiner. Was bist du denn für einer? Upsi. Der ist mein Schäferhund. Oh. Hast du hier schon ausgeräumt? Was ist denn los hier? Komm ich bin faul. Ich will das hier nicht. Man nimmt immer den Haupteingang. Oh. Die Röpsen hier drinne schon rum. Hm. Von außen auch. Jetzt hätt' ich fast auf dich aufgehauen. Jetzt hätt' ich fast auf dich aufgehauen. Guck doch. Hier, da macht dann schon einen Dreingang der Dippe. Na Mäuschen. H haver das ein Body. Töön. Bin drinne. in Karure. Papa 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 Der Name des Gesetzes ist, du bist tot! Penner Ich glaube, die armen Schweine mussten hier bis zum bitteren Ende arbeiten. Meinste? Na, die sind doch wieder da unten alle. Bei unserem Glück. Warte. Ich muss nun mal meinen Indie hier ein bisschen recherchieren. Guck mal, da steht einer auf. Da stehen mehrere auf! Hier ist der Knast. Ey, du ekelige Botte! Ist das offen oder was? Ist das wie in Litten oder was ist los? Nicht anrotzen, du Fogel! Junge, Junge, Junge! Hat doch auch gelitten! Also, sollte jemals einer richtigen Zombie-Apocalypse kommen, möchte ich nicht im Klassen. Nee. Da sprichst du wahrlich. Oh! Oh! Oh Gott! Jessi und Anni rasten aus demnächst bei RTL. Es gibt bestimmt wieder woanders noch einen Eingang, aber wenn man halt so faul ist, macht man das halt so. Ja, versteck mal den Keks, Schatz. Mein Mann hat meinen letzten Keks hieressen, ja? Okay. Mojo. Kann ja mal vorkommen, oder? Diese Ausdauer ist der Burner. Habe ich eigentlich Kaffee dabei? Brauchst du auch ein Käppchen? Nee, Bräune. Hab noch einen. Also jetzt nicht mehr. Einfach mal Amok laufen im Knast. Manchmal wünschte ich mir bei Fasmo könnte ich das... Naja, der Kaffee ist aber auch nie der Burner, oder? Mit Ausdauer. Ja, ernsthaft, jetzt hat sie Hunger, die Snitch. Mein Gott, Alter, du bist so verfressen. Und zwar platzend. Oh Mann, aber die Arbeit im Sinn. Ernsthaft? Diese droht er nicht. Ey, geh hoch. Na? Wo ist er denn? Hast du einen Hund gefunden? Nein! Sie ist zu Beweise, ich nicht. Okay, ich geh hier aber wieder zurück, weil sonst ist man nicht mehr wo man war. So, ich geh mal kurz hier hoch. Oder du gehst da drüben lang, wenn ich geh hier drüben lang. So, mal irgendwo wein. Hey, Digga. Na? Alles checken? Alles fit im Schritt? Alles Rotschan, Kambodschan oder Kenia werden sie weniger. Da werden sie auch nicht weniger. Die vermehren sich auch wieder Karnickel. Hallo. Hallo. Hasi, Hasi. So, da bin ich. Palim, Palim. Jetzt bin ich wieder am Eingang. Toll. Jetzt bin ich schon wieder am Gericht, sah ich. Ernsthaft? Mensch, erschreckt mir doch nicht so, du Pissnase. Wormit. 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 Oh. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ja, ich weiß auch nicht, was so schwer ist für Autofahrer, um das zu wissen. Schwer, Norbert? Nee. Ist halt, wenn man extrem boh ist. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Oh, ich bin fast tot. Scheiße. Aua, aua, aua. Scheiße. Fuck. Ich bin in der Klemme. Ah, fuck, 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 fuck. So, Emse, Bremse. Jetzt brauche ich mal Tüte. Dann brauche ich Tüte. Und jetzt kann der Scheiß weitergehen hier. So. Ich habe Geld gefunden. Ja, ich habe die Kasse geklönt. So, ich liebe dich, mein Schatz. Hält dich auch, du kleine, geile Sau. Hallo? Jetzt. Du bist selber süß. Du bist ein kleiner, geiler Schnuffelproffel. Oh, ein Schlenkchen. Oh. Oh. Hehehe Kommst klar, Blasi-Hasi? Ich schon Das freut mich, Meissen, das freut mich, mein Meissen Du nicht? So, alles gut Lalalala, lalalala, lalalala Knack, 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 ich schüpf' dich über den Flur Hm Hallo, was willst du denn? Oh, gekackt mit tollen Sachen, die das Leben scheiße machen In eines Fickentfehlen Warte mal, ich muss mal was vernichten hier So Lalalala 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 So, noch irgendwas, was zerlinked werden kann, ja Ne, gut na baby gut gepennt weiber ein feld im kornbett das ist immer frei denn das war dann aber hier ist auch leer noch etwas vergessen hier hier habe ich schon was ist mit dir ich sterbe hier fast ab bei mann zu sehen werde diese laut dann machen wir erst mal bei dir in gucken und denn alter alter die kannst du schon mal lernen einfach essen einfach essen einfach essen bist du noch drin an deinem moped ja ich bin noch drin jetzt nicht so bei mir räume klein jetzt räume ich bei mir ein das kommt darin das kommt darin du bleibst da du kommst dahin du kommst dahin das kommt dahin schnauze da oben brauch ich jetzt auch nicht und das brauch ich jetzt auch nicht und das brauch ich jetzt auch nicht so dich habe ich jetzt hier jetzt brauch ich erst mal oder auch nicht leck mich am tüffel so so blasiasi wo bist denn hier warst du von oben nö danke gerne hand herz bin irgendwie nicht reingekommen so warte mal irgendwo muss es ja hier hoch gehen ich höre doch schon drüber auch gar nicht lange so geht es nach unten ist hier nirgendwo nach oben hm warte mal da lichtmö na mäuschen junge junge ich bin am baum das stimmt mit denen kann ja wohl nicht wahr sein jetzt hängt er hier rum dieser faule sack spinnt wohl so zweite etage abeter der peter und dann steht er hohohoho david ich hab wieder ein pornoheft für dich alles klar oh ein grüner dumme sau pfeile aus stahl hammer also ihr seht immer auch die bilder mit hier wegmachen ne könnte was dahinter stecken wer brüllt denn da so noch was bist du denn für ein feiner ne ja ne kleines arschloch so ich hab dir noch ein pornoheft mitgebracht komisch david freut sich ja nicht mehr warte was hier lesen was hast du mir denn für knack sparbuch mitgebracht warte warte mal ich hab hunger wie immer na taaschen na mäuschen pappappappappappappappappappappappappappappappappapp Was bin ich jetzt hier röhnt? Ich dachte, hier gibt es was. Ja, dachte ich auch. Du wolltest nach oben. Na ja. Blasi, jasi, ich sag dir. So, jetzt kommst du durch. Oder auch nicht. Ja, man kann auch nach unten gehen, hast du recht. Ja, hier war noch Geld in der Kasse, also Munition. Also hier in der Küche ist leer. Also hier war man schon. Da war ich schon, ja. Im Klo war man dann halt auch. Ja. So. Da, 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 da. Also so nervenaufreibend ist das nicht hier der Draht. Wo ist es? Okay. Ist eher so. Oh, da zwiebelt sie hier hinten. Aber hier, so, hier weil dich über. Warte mal, bevor du mich angreifst. Kannst du, mein Schatz, ich liebe dich. Ja, ja, heißt leck mich am ABC. Huch, aua. Dafür, dass es in 4 Uhr ist. Hier oben ist das Lüge. Scheiße, ich habe meinen Dietrich vergessen. Moin. Na, ihr Süßen. Was macht ihr denn hier? Aua. Äh, was machst du denn? Hallo? Aua, Hilfe! Aua, ha, 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 ha. Aua. Erstmal alles in Schutz in Aschen legen hier, oder was? Ne, das haben die gemacht. Die sind von oben runtergefüllt. Ah, ja. Mhm, mhm, mhm. Ja, klar, jetzt bin ich wieder schuld. Ich habe wieder einen Reifen. Na, du hast eine Scheibe, ja. Ich habe kein Dietrich. Mag verjerten. Alles in der Waffentasche. Ja, schön. Ist aber nicht da drinne, was ich brauche. Oh Gott, mein Mann hat so'n Ding an der Waffel. Dietrich ist eine. Ich habe keine Dietrichsche. Oh, Quatsch. Oh mein Gott. Warte mal, wie weit ist es denn runter hier? Ganz weit. Komm gleich wieder. Scheiße, ich habe mir einen Fuß gebrochen. Ich habe mir einen Fuß gebrochen. Okay. Fuck. Fuck. In the name of love. Ich schicke dich auf den Namen, ey. Ich lieb dich auch. Ah, 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 ah. Ihr braucht ein Bein. Ah. Das habe ich voll. Das kann man mal rausnehmen hier. Das kann man mal auch rausnehmen. Das müssen wir hier auch nicht drinne haben. Dann machen wir mal... Da drin. Da drin. Und da drin. Ja. Geschossen. Ja, ist ja gut. Nur weil du ein gebrochenes Bein hast, musste ich jetzt nicht so mädchenhaft haben. Ich habe mir gebrochenes Bein. Ich kann nicht so schnell. Na, die hat sie. Spring hier nicht runter. Mach das mal. Nicht. Das hat keiner hier sehen. Da, ich habe dir was in die Spaßecke geschmissen. Du hast mir was in die Spaßecke geschmissen. Wo denn? Wo denn? Achso. Geil. Du meinst ja den Community-Shirt. Ja. Geil. Das ist aber riesengroß, wa? Mhm. Da haben wir aber noch eine Menge zu tun. Ich habe noch eine Stunde, 22 Minuten gebrochenes Bein. Oh, ha. Komm da jetzt nicht hoch, Blasi-Hasi. Was ist los? Ich bin schwer verletzt. Mhm. Ich habe alles für den Club investiert. Mehr davon seht ihr in der nächsten Folge. Wird Anni ihr Bein heilen? Was meint ihr? In diesem Sinne. Tschö mit Ö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020